Du meinst, dass die Welt ein bisschen anders aussieht als sonst. Fühlt sich so an, als würdest du Dinge, die schon immer da gewesen sind, zum ersten Mal bemerken. Sie nickt. Okay, sie sagt Watcher im Englischen und im Deutschen heißt es Wächter. Also eigentlich bin ich ein Bewacher, kein Wächter. Du hast hinter den Schleier gesehen. Es dauert nur einen Augenblick. Deine Seele erinnert sich daran, richtig? Sie erinnert sich, wie sie es miterlebt, wenn sie den Körper verlässt. Es war, als ob du dich an einen Traum erinnern würdest, den du schon lange vergessen hattest. Sie nickt wieder. Jetzt bist du ein Wächter. Und ein Wächter wirst du bleiben. Was ist ein Wächter? Ja, in der Tat, was ist das? Mit dem Studium solcher Dinge haben viele beseelerlange Stunden verbracht. Ich aber nicht. Ich nicht. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Das ist nur gerecht. Und hier sind wir beide also auf Besuch und das erinnert mich an bessere Zeiten. Ja. Ja. Welche Personen passen über die Stung derheard. Ja. Ich werde sie über die Stung des Wächteres versuchen, die die Blut des Wächteres des Wächteres des Wächteres des Wächteres des Wächters. Sie verlieren zum Wächter um ein Zeitpunkt und sind nach dem Wächteren, manchmal mehr als vorbeispiele sie s einfachen, aber es meistens weniger als sie hatten. Und es gibt eher also weniger, und es nicht mehr als das gleich. Seelen werden weitergegeben. Manche sagen, dass das durch Adra steile geschieht, den Adern der Welt. Die Seelen verlassen die Welt für eine Weile und werden dann in sie wiedergeboren. Manchmal mehr als zuvor, normalerweise aber weniger und selten dieselben. Bei allen Seelen gibt es eine Zeit, in der sie nicht mehr leben, aber auch nicht weitergegeben wurden. Und diese Seelen streifen wie du und ich über die Welt, entweder im Aufbruch oder aber verloren. Niemand aber kann sie sehen, weil sie vergessen haben, wie das geht. Ein Wächter aber kann sie sehen. Er weiß, nach was er suchen muss. Und manchmal kennen sie eine Person nur durch bloßes Ansehen. Sie wissen, wo sie in vergangenen Zeiten waren, als ihre Körper andere Körper waren. Sie sehen Erinnerungen, an die sie sich selbst, deren Besitzer nicht erinnern können. Ein wahres Wunder, wenn alles gut geht. Ein Wunder. Was hast du mit, wenn alles gut geht, gemeint? Oh, sicherlich nichts, von dem man Angst haben müsste. Für manche ist es einfach zu viel. Manchmal gibt es Probleme mit dem Einschlafen oder andere Schwierigkeiten. Sie lächelt dich beruhigend an und fächert ein Büschel langer Haare aus, die aus einer Wange sprießen. Ja, super. Ein angeregter Glanz zieht über ihre trüben Augen. Du solltest den alten Meerwald besuchen. Er könnte dir sicherlich mehr erzählen als ich. Also das ist wahrscheinlich eine Person, kein Ort. Ein Wächter so wie du. Er hat seiner Zeit vielen geholfen. Jetzt hat er sich in einer Burg zurückgezogen, die niemand beanspruchen möchte. Nicht weit, nicht weit. Kettnur, jenseits der Schwarzaun. Die Gesellschaft wird er willkommen heißen. Sagst du, dass sie im Laufe der Zeit auseinanderbrechen, also das ist auf Folien bezogen? Oh ja, Entropie. Rymgards Werk. Wir wissen wenig darüber, warum wir nicht leben. Wir verlieren ein Stück von uns selbst, wenn wir sterben. Und wir holen ein Stück von anderen, wenn wir wieder geblieben sind. Aber weniger als das, was wir verloren haben. Wir versuchen es, mit den animatischen Wissenschaften zu stoppen, aber mit wenig Erfolg. Oh ja, Entropie. Rymgards Werk. Wir wissen wenig darüber, warum oder wie das geschieht. Wenn wir sterben, verlieren wir ein Stück von uns selbst und nehmen wir unsere Wiedergeburtstücke anderer auf. Aber weniger als wir verloren haben. Wir versuchten, es mit Hilfe der Beseelung aufzuhalten. Aber wir hatten damit kaum Erfolg. Oh nein. Nur sehr wenige können Rymgards Einfluss widerstehen und durch eine Art trotzen die Kraft intakt bleiben. Zumindest für eine gewisse Zeit. Letztendlich aber kann keine von ihnen ewig standhalten, glaube ich. Sie schnallt mit ihrer Zunge. Ich möchte noch etwas über dich wissen. Mich? Sie schüttelt vor den Tieren in den Kopf. Ich werde dich aber zu Tode lankenweilen. Wer bist du? Und hier dachte ich, du kommst, mich zu besuchen zu besuchen. Caldara de Baranzi, der Avalian Royal Academy of Animatrix Sciences. Sie seufzt leicht, was einem Käfer aus ihrer Wange herausjagt ist. Und ich dachte, du hättest bewusst mich besucht. In einem vermeintlichen Knicks drehen sich ihre Arme steif nach außen. Caldara de Baranzi von der Königlich-Valianischen Akademie der Beseelung. Ich mag zwar nicht die Beste von ihnen gewesen sein, aber auch ich kam hierher, weil hier Hilfe benötigt wurde. Was ist mit ihnen passiert? Sie lacht zwischen ihren buttergeben Zahnreihen hindurch und kommt ihr ein kratzendes, erstickendes Gekacker, das sie am Kopf mit ihrem Lachkrampf hoch- und runterhüpfen lässt. Okay, sie ist fast wie eine Hexe. Als sie deine Ausdruckslosemide bemerkt, fängt sie sich wieder. Ach, jetzt komm, Appa. Was für eine Frage. Als ob die Antwort darauf nicht einfach wie ein zum Geigenstreck gebundes Seil wäre. Na, seine alten Zwerge doch ihre letzte Rufstimmung. Na, ich kam, wo ich brauchte, nicht wahr? Ich habe meine Zwerge zu Herrn Roderick für eine Kratz, eine kratzende Kratz. Ich war, um den Herrn Wälder zu sehen, warum die Gäste sahen, wie sie ihre Wälder sie in ihrer Wälder gesehen haben. Sie studiert sie für Monate, sahen sie hoch und hoch für impurities, testiert ihre Wälder, die Pferde ihrer Essenz. Wissen Sie, was ich gefunden habe? Nichts, oder? Also, ähm, ja. Nun, ich ging dorthin, wo ich gebraucht wurde, nicht wahr? Meine Dienste bot die Fürst Tredrik für einen Hungerlohn an. Einen bescheidenen Hungerlohn. Meine Aufgabe war die Untersuchung der Fürstin. Ich sollte herausfinden, warum es die Götter für so passend befunden hatten, ihren Leib zu vergiften. Oh, monatelang studierte ich sie. Ich suchte mich dumm und dämlich nach Uneinheiten. Ich prüfte ihre Valenz und die Durchlässigkeit ihrer Essenz. Und weißt du, was ich fand? Ja, da hätte es ihm lieber sagen sollen, dass du nichts findest. Sie schüttelte den Kopf. Nichts fand ich, gar nichts. Eine von Kopf bis Fuß gesunde Frau, mit einer schönen Seele gesegnet. Noch dazu war sie so eine reizende Frau. Dürmütig, aber warmherzig. Nach ein paar Monaten aber verlangte der Fürst des Hauses Antworten. Anfangs erzählte ich ihm doch, was er hören wollte. Oh ja, mein Fürst, sie ist voller Missverhältnisse. Ich brauche Zeit, um sie zu heilen. Als sie Geburt nahte, wurde er immer ungeduldiger, wie es bei den Fürsten so ist. Und schließlich bin ich hier belandet. Äh, was ist ein Beseeler? Ein Student der Seele. Etwas so grundlegendes ist, dass trotzdem zu wenig verstanden wird. Aber während meines Lebens sind so viele Durchbrüche erzielt worden. Sie kichert. Wurden, meine ich. Sind so viele Durchbrüche erzielt worden. Wurden, meine ich. Wurden. Wenn man die Einheimischen fragt, sind wir nur eine Bande von Seelenjägern. Die es auf die geistigen Schwachen abgesehen haben. Und auf die schlimmsten von uns trifft das auch zu. Äh. Aber die Beste von uns? Die Beste? Inspirations. Miracle-Workers. Meine Eltern waren Soul Twins. Miserable bevor sie sich treffen. Empty inside. Es war ein Anomancer, der ein helpet den anderen finden. Turned ihre Leben um. Du wirst nicht glauben, die historien. Amnesiaks helpen sich zu erinnern. Aber unsere Besten, die Besten, Besten, Erleuchter, Wunderwirker. Meine Eltern waren Sehenswillinge. Und bis sie sich trafen, ging es ihnen jämmerlich. Sie waren innerlich leer. Erst ein Beseeler half ihnen zueinander zu finden. Er hat ihre Leben zum Besseren gewendet. Du würdest die Geschichte kaum glauben. Amnesiaks half dabei, sich an ihre Leben zu erinnern. Brachte die Selbstmordgefährdeten zurück vom Rande der Vergessenheit. Die Eltern nahmen sich extra Zeit für ihren Abschied. Oh, wie schnell wir vergessen, wenn wir Angst haben. Es ist eine faszinierende Wissenschaft. Ist das nicht eine faszinierende Zeit, um im Dürrwald zu leben? Äh, nein. Jedenfalls nicht hier in Goldtal. Einem Ort, an dem die Forschung nicht kontrolliert wird. Ich liebte die Valianische Republiken aus vielerlei Gründen. Aber ich fürchte ihre Unvorsichtigkeit in letzter Zeit. Wird sie ins Hintertreffen geraten lassen. Also ja, ziemlich viel Intrigen und Verrückte und so weiter. Alles dunkel-düster, kennen wir ja. Okay, wir können sie nichts mehr fragen, also lebt wohl. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Auf Wiedersehen, Schätzchen. Das war ein schöner Besuch. Kaldra schließt ihre Augen, worauf ihr Körper nach vorne über den Galgenstrick singt und deine Umgebung scheint sich von einem unbekannten Warteort wieder in deine Wahrnehmung einzublenden. Alltort sieht dich mit zusammengekniffenen Augen aus. Bist du in Ordnung? Gerade noch schienst du verloren zu sein. Äh, ich bin ein Wächter. Seine her hochgezogenen Augenbrauen ziehen sich unter seine Kapuze zurück. Nun gut, das ist interessant. Er grinst die Schlitzurik an. Und du hast vermutlich etwas mit den verhüllten Gestalten in den Ruinen zu tun. Was? Auf jeden Fall weiß ich deine Aufrichtigkeit zu schätzen. Da wir zusammen reisen, ist es wahrscheinlich weise, dass wir diese Dinge miteinander teilen. Weißt du etwas über die Wächter? Nur, dass es nur wenige gibt und dass sie einzigartige Einsichten in bestimmte Sehenzustände haben. Er hustet. So wie du es gerade unter Beweis gestellt hast. Lass uns fortfahren. Hm, sicher. 17,5. 17,5. Visionen von Geflüster und Level-Ups. Okay. Ich würde sagen, ich speichere jetzt erstmal wieder, weil es schon lange Zeit ist. Spielstand speichern. Einfach ein neuer Spielstand. Und da gibt es jetzt erst einmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Bye. 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 Vielen Dank.